Scheiße! Diesen Ort habt ihr mal entdeckt. Ich werde den Ort wenigstens noch entdecken, ne? Ich weiß, dass da nichts ist, aber ich hasse es, Fragezeichen zu sehen auf der Karte, ne? Das ist scheiße, das ist scheiße. Morgen haben wir ja schon Donnerstag, Leute. Und dann noch einen Tag und dann ist es schon für mich Urlaub. Ich bin schon hier, weil Nico sie falsch. Jetzt gehen wir mal, wie geht es? Ich bin jetzt hier, nach dem Kopf kommt. Ich bin jetzt hier ein... Wie geht es? Geh, Geh, Geh! Hör! Hör! Hey! Hör! Hör! Tartarus ist versiegelt. Das ist ja hier. Ah, da ist der vierte. Da sind wir nicht immer vier. Wo ist, wo ist das Riss von denen? Oben! Oh, wie cool. Ich könnte jetzt einen Attentat von oben machen, na? Na auf! Oh Gott, der hätte mich fast gesehen. Da ist doch keiner mehr! Das war knapp. So, ich werde mal reiten. Ich gehe mal da hoch. Reiten will ich da nicht. Ich will einfach nur das Fragezeichen da aufklären. Also, mein Ziel ist es in dem Spiel auf jeden Fall 100% zu erreichen. Wenn ich wirklich mal Zeit und lange weiter habe, schmeiße ich das Spiel auf jeden Fall wieder ein. Besonders, ich denke mal, das Spiel wird es auf jeden Fall auf meine PS5 schaffen. Ich überlege schon im Voraus, was ich auf meine PS5 lade und was nicht an PS4 spielen. Ich denke einfach zu weit voraus, weil es dauert noch über ein Jahr. Und auf einmal kommt die Information, oh, die PS5 kommt jetzt noch. Dezember? Ja, Spaß. Aber ich könnte mir auch vorstellen, März 2020. Boah, mein Magen, Alter. Jetzt hätte ich was Falsches gegessen. Also, ich denke mal, das Grummel nach Dauch gehört. Guck! Lampen. Was ist das? Ist das der Schatz, der zu diesem Ort gehört? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 die Wächter dieses schönen Dingens. Wir haben nicht gesehen, was ich da so machen kann. Wir sehen es ja. Was ist das nochmal, wenn jemand hierbei riecht? Was ist das nochmal? 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 Okay. 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 Ich bin hier dran. Yay! Hey, ich bin wieder drin Ach, hier stinkt doch, mein Was ist das? Titan, Polost oder was auch immer du bist gerade Hat das mich gerade davon abgehalten, Dinger zu bekommen? Ist das dein Ernst? Dafür habe ich es doch gemacht Oh nein, er wagt, weg die doch nicht, Mann! Ach, Fick, wisst ihr was? Tschüss! Darauf habe ich jetzt gerade keinen Bock, wir kommen später Dann lassen wir erstmal Gras drüber wachsen Hm 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.